So, jetzt schauen wir mal, wie viel Energie ihr noch nach zwei Overtimes habt. Herzlich Willkommen, das ist der Radio 7 Fan Talk nach dem Heimsieg, gerade zu vorm Ruhm gegen den MBC, mit 100, äh, gegen 100, äh, 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 nach zwei Overtimes und bei uns ist unsere Nummer 17, Juan! 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 Hallo Juan, wie geht es dir? Alles gut. Alles gut. Jetzt ist alles gut, aber zwischendurch war nicht mehr alles gut. So, how many nerves you lost in these two Overtimes? Wie viele Nervener hast du verloren in den Overtimes? Well, ähm, it was a tight game. Come on! They played really good, ähm, but at least we won that it's what matters. So, it's now, you have to win one more game again. Again, on, äh, Friday against Rostock, and then we show it in the playoffs. So, äh, how is the recovery after a two Overtime win like this? Well, ähm, we recover tomorrow and we'll start focusing on Rostock and already tomorrow, yeah. Okay, already tomorrow. Also, es gibt gar nicht viel Zeit, äh, sich zu erholen. Ähm, Juan, ich habe den Leuten erzählt, dass du schon gut Deutsch sprichst? Wenn man langsam spricht, verstehst du es gut? Ein bisschen? Ein bisschen. Ein bisschen? Wann arbeitest du an deinem Deutsch? Wie studierst du Deutsch? How you learn German? Ähm, yeah, I'm learning with Lisa, but I think it's somewhere here. Ähm, we have classes every week, and I'm starting, I'll talk a little bit, but, äh... But you understand a lot. Well, nah, a little bit. Ah, also er stellt seinen Scheffel so, äh, das Licht, netter Scheffel unter das Licht, Lichter Weng unter den Scheffel. Äh, er übt mit einer Kollegin von mir, mit der Lisa zusammen, machen immer Konversationstraining. Und, äh, heute, heute in am Spiel, glaube ich, wir, noch nicht so recht, vielleicht kriegen wir im Fantreffen ein bisschen mehr dazu raus. Juan, ähm, it's, it's not so long ago that you, äh, met us in the Fantreffen as well. So, äh, how was, how, how were the last weeks for you? You, 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 we have ups and downs with the team, you have great experiences, but lost games. So, how was it for you the last weeks? Wie war's denn für dich? War's so ein auf und ab? Yeah, you're right. Ähm, we have a lot of ups and downs, maybe too much downs, but, ähm, we fought really hard in Eurocup playoffs. Ähm, we had the chance to make the semifinals. And it was very close against Sakura. It was very close, and then in BBL, ähm, we lost some games that we shouldn't have lost, but, äh, what matters is, what's going on now, until now, from now on. So, again, it's, it's one game you have to win, so, uh, what, what you expecting a kind of game against Rostock on, on Friday? Ähm, it's gonna be a, ähm, a win or die game, ähm, ähm, they are also fighting for playoffs, so, it's gonna be nice atmosphere. So, it feels a little like playoffs on Friday as well? Yes. Yeah, also, am Freitag quasi schon so ein bisschen so ein bisschen do or die game, wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Ähm, so, you experience a little German, so, what is your favorite word in German? uyork, is, is there, is, is there a, is, is, a Lieblingswort, das du gerne auf Deutsch hörst oder sagst? Schnitzel mit Pommes. Dabei isst du gar nicht so viel Schnitzel, you, you don't eat so much Schnitzel. Ja, ich do. Ah, you do. So, you want Pommes with mayonnaise or with ketchup? Pommes mit mayo oder mit ketchup? Both. Both? Very good choice. So, come on, a second German word. Ich beginne mit der Vokabularität ein wenig. Kino, Auto... Kino, Auto! Du gehst zum Auto-Kino, damit du sprichst. Wir haben kein Auto-Kino hier. Die Verben sind ein bisschen anders. Es ist schwierig für mich, die Verben. Die Verben sind schwierig mit der Beugerei. Und viele Artikel in Deutschland. Ja, ich versuche. Wie viele Artikel habt ihr in Spanien? Zwei. Ja, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Also mit den Artikeln ist so eine Sache und mit der Beugerei der Verben. Aber das kriegen wir alles noch hin. Wenn ihr noch Fragen habt an Juan, ansonsten machen wir heute nicht so lange. Wir haben ja schon zwei Overtimes gehabt. Dann gerne Autogramme und Fotos. Gibt's noch eine Frage? Nein. Sie sind auch aus Energie. Wie uns auch. So Juan, Danke so far. Danke schön. Das war der Radio 7 Fan Talk. Jetzt gibt's noch Autogramme und Fotos. Danke schön, dass ihr da wart und bis Freitag. Juan Nuñez! Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke. Schl heavily disponmierer nach Luc. icus Kupf. Bye bis. antenna mir das combine. und dabei, das war ganz schön. Nein.